ja komm ich fange es einfach an 1 2 3 4 wo bin ich gut eh und wir sind wieder zurück zurück mit dem TKW dem Davido 345 und letzte Folge haben wir Holz geholt für mein Haus und für sein Haus und zuerst diesen Vulkan gestiegen ja eine der große Idee von dem hat diese Idee nur weil ich sollte vielleicht mal ins Bornpoint das er weiß was ist denn los ich sehe ah da darüber da vorne ist der Spawn ja das wird bei mir gerade nicht angezeigt du siehst es wahrscheinlich nur nicht 1120 Blöcke 1 Warte nach irgendwo ich gehe es einfach ohne dich tschüss bei mir hat er mit seinem zu verschießen weiter aber echt eh da kommt das Kopper nämlich noch mit ja ich habe nicht ich habe weder ein Werkzeug noch irgendwie eine Waffe dabei jetzt ist alles kaputt es ist nicht gut genau diese Folge werde ich mich mal um das Haus kümmern was noch nicht vorhanden ist aber nach dieser Folge hoffentlich nicht ich habe ich ziemlich schön ich will da das heißt nämlich noch mit strecklich kannst ja nie genug bekommen hier schon noch Kohle eine Schlucht Aua Aua ich bin runtergefallen ich auch ich höre eine Spinne oder so so aber das kann dauern jetzt bis ich wieder beim Spawn bin gehen wir mal auf die Heimreise also ich hoffe ich werde diese Folge mit dem Haus fertig und dann habe ich mir vorgenommen jetzt als nächstes dann ein automatisches Lager zu bauen dafür werden die Ressourcen nämlich schon reichen hoffe ich jedenfalls und der Odyssey gibt es wieder mit seiner ja aber echt als hätten wir sowas nicht das zeigen wir nur keinem und irgendwo versteckt ich hatte sogar hier schon auf diesem Server schon mal eine du auch ich finde und ja gleich wieder mit seiner ruhig woher kommt ich wieder in der Höhle du hattest auch schon mal eine Quantum Wurst um hier auf diesem Server und Nanosaber und ne das hatte ich ja genau wir haben nämlich so ein kleines Bettelchen gemacht so hier einfach nur so zum Spaß bevor es hier losging haben wir einfach eine Quantum Rüstung und Quantum Rüstung genommen ein paar Waffen und haben uns umgelegt warum erwähne ich das jetzt eigentlich weil wieder was Unnötiges passiert Jee das lieben wir doch so ich bin dann gleich zu Hause und du nicht Bäh 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 ja der Server ist wieder ein bisschen mit Verzögerung ich kriege immer erst zu spät Schaden ich sehe dein Haus übrigens was soll ich da mal eben von mitnehmen von seinen Kisten mal überlegen ich habe ein Feuerzeug soll ich damit dein Haus anzünden ist eigentlich noch da ja ich bin noch da ähm bitte nicht warum nicht weil es echt scheiße von dir wäre ich würde es dir dreimal dreimal heimzahlen du würdest dann mein Haus auch kaputt machen ne vielleicht ich weiß nicht irgendwas ich habe nicht mein Feuerzeug alles so unlustig hier was hat der denn schon ist der on nein okay dann kann ich auf sein Grundstück kann er mir nix was hat der denn so ein bisschen Energie dass ich alles erschütete ey das hat der niemals hier die ganzen Solarpanels immer stand im Chat Solar Solarpanel das ist so unnormal der kann niemals schon so viel haben das ist so unmöglich da ist wieder der mit der Quantumrüstung frage ich mich auch wie viel davon er cheatet ist es stimmt eine ganze Menge ach ne jetzt ist wirklich die Verbindung abgekackt ey das ist doch so schrecklich ich gehe erst noch auf mein Grundstück und dann gibt es einen kurzen Cut so da hinten bei meiner Kiste und genau jetzt gibt es diesen Cut so der Cut ist wieder zu Ende ich habe gar nicht das gekappt ja cool ich schon ich habe eine Minimum Shot herbeifte woher nur ich habe ja nur ein paar Monster gekillt und ich habe so übertrieben viel Holz jetzt aber erstmal ein paar neue Werkzeuge ich habe keine Sticks mehr ja ich habe ja genug Holz ja mhm Eisen werde ich mir machen glaube ich also Eisen Werkzeug ähm wo ist Eisen da ist Eisen also Schwert ein Schwert brauche ich nicht ich habe doch noch ein Schwert also Schwert eine Schauf oh ouch wo ist das Skelett auch der mit seinem Boomerang so erst habe ich ihn da ist doch schon gut hier sorry war nur Absicht schau dir mal die Muskete an gib sie aber wieder wo muss der immer so angeben ähm es hat der Unähnlichkeitsstärke Schärfe Flamme Rückstoß mit Not Enough Items verzaubert wetten ach dann jetzt macht es gleich wieder einen Tag ja garantiert ähm ja Steine wollte ich anzünden äh äh brennen arm zünden steine wolltest du anzünden ist ja interessant jetzt erst nochmal kurz mein Grundstück ein bisschen plätten warum sage ich eigentlich immer plätten das heißt doch begradigen dann mal wieder die Bäume abholzen ja wo ist denn noch Löcher ich mag Löcher doch so gern äh wieder mal was Unlustiges ne was Niveauloses genau es musste ja sein tut mir leid also entweder macht jetzt jemand einen Tag oder nicht oder ich geh pennen also mir ist das egal ich hoffe die cheaten nicht schon wieder und machen Tag das ist so blöd nämlich also es tut mir echt leid dafür ne wenn ihr was dagegen habt kann man nix machen boah ja Sand scheiße mein Hausbaum ist gewachsen ja du kannst ja Sand mit den Juju Metern machen die du gekommen hast ich habe aber Sand im Übel ich habe aber selber Sand ja warum regt dich das dann auf dass du Sand brauchst mir ist es eingefallen dass ich es brauche boah was wollen diese blöden Mobs hier alle ey dich das merke ich erst schießt ein Skelett auf mich dann haut mich eine Spinne halbtot ne ein Herz ist ab so egal die Erde reicht schon wieder nicht können wir erstmal pennen gehen oder macht jemand Tag oder was ist los alle ins Bett sofort das macht die Gäste wieder der Tag ja sind schon zehn Minuten um und ich habe mit dem siehste ich habe mit dem äh Hausbau noch nicht mal angefangen so schrecklich mit mir ey das geht gar nicht ja du bist unmöglich ich weiß halt nur nicht wie das aussehen soll weißt du das ist so schrecklich ich glaube ich fang einfach ich bin auch so deppert ja glaube ich dir sogar scheiße ich bin so dumm und wie oh fuck kriegt mich das gerade vielleicht mache ich ja ein bisschen den Diener nach weißt du also das Haus von dem Megaprojekt das sieht mich so hammer aus finde ich ah scheiße was hast du gemacht ah ja ich wollte meine Decke eigentlich drei hoch machen also drei hoch den Raum und jetzt habe ich ihn nur zwei hoch okay die Lache war schlecht die Lache war sehr schlecht ja ja ich weiß ich weiß du findest ja alles schlecht ey wie kann man es dir recht machen ey äh äh hey hab ich gesagt ich bin hier grad an Bäume fällen als hätte ich noch nicht genug ey haben natürlich wieder wieder zu wenig Eisen genommen ist ja klar so ich will jetzt endlich mal nicht zuerst den scheiß Computer da fertig bekommen also ich hab schon einen ein Computer ich sitz grad dran hahaha wie du immer alles lustig findest ich find's voll cool so oh Gott jetzt hast du eins zu hoch gemacht oder was nein nein das würde dir ja nie passieren ne was will der schon wieder mit seiner Quantum Rüstung hier geht's jemand anderem angeben so ein Computer hahaha so was fliegt der rum ach der hat ein Jetpack wahrscheinlich oder hat er ein Jetpack hat er ein Jetpack hä hä nein hat er nicht der hat eine Quantum Rüstung an boah das sieht mich so auf an diesem Server ey dass alle immer am Cheaten sind und so kann man Eisentür mit Rüstung öffnen ja natürlich was wollte ich jetzt hallo was wollte ich genau ich wollte was neues in den Ofen tun weißt du was ich mach mir da erstmal zwei äh zwei 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 Eisenöfen drauf damit es ein bisschen schneller geht wenigstens brauch ich ein bisschen Eisen für wo ist Eisen da ist Eisen wo geht das nicht macht man die nicht so ähm was das so macht man die okay so zwei Eisenöfen ist auch schon mal ein super Anfang tss Kohle sollte nach unten nein das war die das war viel zu viel Kohle ja jetzt hoffen wir mal so zwei Eisenöfen und da ist noch ein Baum gewachsen ich wette ich fange in dieser Folge schon wieder nicht mit dem Hausbau an ey was ist mein Passwort ja sag's laut dann kann ich bei dir wenigstens einbrechen wenn ich mal was brauche das einbrechen in einem Holzhaus genau man wie soll ich anfangen mit diesem dummen Haus jetzt hab ich vergessen fuck was ist danach gekommen ah ich muss nachschauen ich hab mir das nicht gemerkt ah du meinst gut lang ist leider leider nicht ich glaube äh pass ist gleich read oder was was ist nein falsch mach ich mein Haus jetzt ich fange jetzt einfach mal irgendwie an indem ich diesen Baum hier fälle da steht der Weg und die Seps links was ist das ich setze die dann später irgendwie gescheit an eine schöne Stelle ah was hast du ich höre mich rum ja komm ich fange erst einfach an eins zwei drei vier wow wow bin ich gut ey ach gut komm ich mach jetzt einfach die Eckpfosten erstmal der Baum steht auch im Weg der muss auch weg weg warum steht der eins im Boden warum ist dieser Baum ist er gar nicht ich kenn mich mit Programmiersprachen oder diesem ganzen Programmierzeug sowas schon überhaupt nicht aus ok warum das nicht ist doch alles so einfach ach hörst du dich aus ne aber das mach ich vielleicht später mal also dann nach der Schule du willst äh Programmierstupe Sprachen studieren oder was äh ne aber irgendwie Programmierer werden oder sowas halt irgendwas im Computer mit Computern und so Bäume wachsen da Bäume wo ich sie nicht brauche na Entschuldigung wenn das gerade so lange dauert ich bin nicht gut Entschuldigung dass das bei mir so lange dauert mit dem Hausbau Entschuldigung dass ich jetzt erst angefangen habe das sieht doch nicht aus ich gehe noch ein Stück nach hier nein muss ich mich eigentlich verarschen eins, zwei, drei, vier boah ich dachte schon jetzt ist es da wieder jetzt geht das wieder ab oder so jetzt steht dieser Baum genau da im Weg warum kann man selbst hingesetzte Baumstämme nicht mehr auf einmal abbauen wie Bäume auch da ich habe das Gefühl dass das Hausgarten viel zu groß machen ich muss ja noch Platz für ich muss ja noch Platz lassen für andere Sachen ich kann ja ein bisschen im Untergrund gehen aber doch das ist schon okay so so gleich haben wir es fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn das ist jetzt eh nicht genau in der Mitte wetten Alter heute kann ich nicht eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, okay äh, was kannst du nicht mir kann ich echt nicht mit dem Computer schreiben, das geht nicht ich tippe mich andauernd verdammt Leiber statt Lieber Psst so eins, zwei, drei eins, zwei, drei ist eigentlich meine Rüstung naja, halb kaputt eins, zwei, drei wie viel Schaden kriegst du eigentlich, wenn du äh, mit der Eisenrüstung direkt bei dem Creeper stehst und äh, der explodiert puh, zwei, drei ja, dann ist die Bronze Rüstung ja doch voll gut die macht zwar nur vier Stück also vier Dings da, voll aber ich hab damit direkt neben dem Creeper gestanden und hab nur ein Herz Schaden bekommen höchstens ich brauch, keine Ahnung ich weiß nicht mehr genau gut ah Gott und das ist ja auch noch nur die, äh, Brustplatte ah, verdammt Exit Schimpf kurz Wort und ich... was war denn auch dieses dumme Loch hier, ey und ich hab wieder was Falsches angegeben ah, Gott Entschuldigung, da ist irgendwo ein Stück Erde hier und dem Loch da hinten, wo es... Gibt's doch nicht, was hab ich falsch angegeben es wird schon wieder Nacht und ich glaube ich mach einfach Tag, denn es lohnt sich eh nicht schlafen, wenn man dann eh wieder jemand Tag macht Ah, ich hab's... Entweder macht gleich jemand Tag oder es steht im Chat, geht mal alle ins Bett oder so wetten wetten sag ich doch okay, jetzt geht's gut kopieren wir's mal ach, es funktioniert, juhu hast du toll gemacht und wie komm ich da jetzt wieder raus? weiß ich nicht doch, ein Knopf wahrscheinlich, gell? was denn überhaupt ich weiß nicht, wo... wo drum es geht ach so, wahrscheinlich... da muss ich's von außen eingeben so, jetzt hab ich was vergessen, weil man kann ja die... man kann ja da was eingeben, damit die Tür sich von selber öffnet, das will... will ich aber nicht, deswegen mach ich einfach... rename password da kennt sich wohl jemand aus, wa? start up, naja und dann... shut down goodbye und jetzt... ha, jetzt muss man gleich das Passwort eingeben, gut das will ich gleich mal sehen alles bei dir so was du diese Folge so geschafft hast hört sich ja nach ziemlich viel an baust du in den Bäumen? in den Bäumen? nein hab ich mir grad selber geantwortet ja baust du nicht in den Bäumen? nein, ich baue ein Haus auf dem Boden dann war auf einmal war da ein... ein Haus in den Bäumen ja, da hat doch eben jemand geschrieben, dass endlich sein, äh, Hausbaum gewachsen ist wahrscheinlich will der sich ein Baumhaus bauen, da ist der Baum gewachsen endlich, wo der das Baumhaus drauf baut ha, ich kann logisch denken äh, was wollte ich... ah ja, Knopf, genau Eier und einen Knopf wollte ich, du, okay da möchte ich da noch einen Stone oh jetzt steht die Diatruhe im Weg Mann, das geht nicht auf eins eins zwei drei gut ich bin dumm hm, gibst es endlich zu ja ja scheiße ach Gott, nein, das mach ich dann während der Aufnahme äh, nicht während der Aufnahme, meine ich natürlich was denn? nein, wenn ich jetzt den Abbau, muss ich das alles noch einmal eingeben und wenn man den benennt, kann man den, kann man den speichern verstehst? und man muss es aber, ich hab so eingestellt, dass man jetzt nichts anderes als das Passwort eingeben kann oder eben das falsche Passwort also man kann nicht mehr auf den Computer zugreifen das heißt, ich muss jetzt abbauen, neu setzen, neu programmieren oder zuerst umbenennen und dann neu programmieren aha habe ich scheiße scheiße ah, das regt mich auf oh so weißt du was wir jetzt machen? wir besuchen jetzt ah ja und da müssten wir in eine Wüste gehen warum? ich hab noch keine Wüste gesehen, leider ja, ich auch nicht aber irgendwo muss es ja in eine Wüste gehen verdammt, das habe ich vergessen übrigens, wenn du in irgendwie was, in einen Ofen oder so der von Tackett kommt darfst du niemals die Sachen mit Shift-Click rausholen, ne? weil es sonst keine XP gibt das wollte ich jetzt genau, ich mach da jetzt ist aber scheiße ja, nur wenn du die ganz normal rausholst also ohne Shift klickst, sondern einfach drauf klickst und in das Inventar tust ok ähm, ja ich würde jetzt Steine rein für einen normalen Stein warte, kann man so überhaupt die Steinziegel machen mit einem ganz normalen Stein? ja, genau oh genau, dann mach ich mein Haus nämlich mit Steinziegeln oh, der hat aber ganz schön schon was hingebaut wär ich? ja hm schaut so ein bisschen aus wie Hol wie was? wie was? wie was schaut das aus? Hallo sag bloß, es ist Skype schon wieder abgestürzt Cut! ach, hörst du mich wieder? gerade in dem Moment wollte ich einen Cut machen ich hör dich doch ja, ich hör dich die ganze Zeit ja, ich nicht, ok ja, was hast du gesagt? hä, hallo? was du gesagt hast hörst du mich? ja, ich habe, hörst du mich? ja, jetzt hör ich dich echt? ja ah was hast du denn gesagt? das schaut aus wie Holzstonage was ist das? diese, diese Stein Gebilde da irgendwo in England oder wo auch immer das ist Stonehenge meinst du? Stonehenge, ok soll ich dir beim Abbau helfen? wenn du willst ja, ich habe ja nix, egal nix oder willst du dir noch mein Computerpasswort? ja, dann gleich oder ne, dir jetzt warte, dann tue ich das noch in die Kiste ich habe so viel Holz gerade guck mal, wie viel Holz ich habe du brauchst den Cut hä, nein, was? achso, nein, es hat nur gerade geklopft bei dir, glaube ich äh, ne ich glaube das war irgendwie oben drüber beim Balkon oder so, keine Ahnung das da? nein okay, egal ähm, ja bis dahin ist dann das Stein auch fertig gebrannt und dann kann ich noch ein bisschen weitermachen ich mach die so, sorry für den Cut mein Vater ist gerade reingekommen bist du noch da? David? du wirst verfolgt du wirst verfolgt oder wir werden verfolgt ich höre euch noch okay geht bitte, das gibt's noch nicht wir werden verfolgt oder wir wurden verfolgt wieder der mit der Quantum Rüstung? genau dachte ich mir Alter, wenn ich jetzt draufgehe ich bin in das Loch gefallen bevor wir in den Nether gehen müssen wir unbedingt unsere Level loswerden aber halt auf Enchantment ja, ich hab fast 40 Level ich hab 35 okay wie ist das Passwort? was hab ich gern? falsch ey nochmal falsch falsch die schreibt mir im Übrigen Metall hinten noch dran aber egal falsch das war so mal groß was wie heißt sie noch mal? sie ist richtig, aber es war richtig also du hast es fast richtig geschrieben aber es ist nicht das was? was ist denn, was hast du gern? ich werde das dann auch noch versuchen mit deinem Alarm zusammen zu verbinden sag doch mal wie das Passwort ist ich geb's einfach ein und wie schließt sich das wieder? von selber ey das ist ja nicht schlecht hier würde ich mal sagen ey das ist doch echt gut ja das war ey warte, geh raus kurz ja, so einfach kann man hier einbrechen what the fuck was? das gibt's ja nicht wetten ich komm hier ganz leicht rein drin das ist auch sehr lo- diese Tür da ist der wieder mit der Quantum Rüstung wenn der uns jetzt angreift dann gibt's aber Haue so ja tja David siehste mal wie einfach das ist was ne danke eigentlich dürfen wir den ja jetzt angreifen ne? ja aber der macht uns fertig ja der hat ja gesagt mit dem Eisenschwert keinen Schaden ja und sein nano irgendwas Sabre Dingens macht anscheinend neun Schaden ja der braucht zweimal zuschlagen dann sind wir tot nein das geb ich jetzt nicht an ich bin ja nicht dumm ja weh du gibst du da eine weise ja sieht man das da auf dem Bildschirm ja schreibt man Buchstaben nein sieht man nicht nur wenn man da draufklickt ach so ja nein aber er kann ja was jetzt ja oder nein nein aber ich hab glaubt er schaut rein aha hast du dir also geglaubt hab ich geglaubt ja ich gebe es falsch ein und dann macht es sich wieder aus Gott sei Dank ok ich geh dann mal wieder auf mein Grundstück das Stein müsste jetzt gebraten sein kannst du den da mitnehmen? wen? ah ja er hat sich ausgelockt aber der lockt sich dann wieder auf deinem Grundstück ein irgendwann das ist aber doof so jetzt muss ich dann nur noch schauen wie ich das kannst du da wo er weggegangen ist kannst du dir irgendwie eine Falle hin machen oder so so ich werde dann aber mein Passwort ändern wenn ich das dann offscreen erledigen tue ja warum? okay ich kann dir auch zeigen wie das funktioniert dann wäre es ja nicht schlimm gewesen wenn der das gesehen hätte ja ich meine es ist eh nichts zu holen aber doch holz ja das kann ich ja auch von außen holen wie viele sind auf dem Server? der GZ na und da GZ ich nenne jetzt GZSZ warum GZSZ das ist noch nicht äh wie heißt der? gute Zeit und schlechte Zeit nein ah der GZSZ scheiß Spender ja bisschen kann man doch noch tun oder? das ist ja noch nicht zu Ende komm ins Bett ja GZSZ ja GZSZ ja GZSZ ja GZSZZ ja GZSZZ ja GZSZZ ja GZSZZ auf der Stelle da danke was da danke wir müssen das immer noch am braten hier das ist doch fertig nein es hat keine Kohle mehr verdammt verdammt und der ist wieder da mhm also Stein hat immer noch nicht fertig gebraten ja bitte nach dir was denn er ist grad mit mir reingangen erkennt jetzt mein Passwort das heißt ich musste ja GZSZZ wie macht man das will der wissen musst du ihm auch sofort jetzt über den Chat erklären Tja das ist wohl was was er nicht hat ne? damit kannst du jetzt angeben wenn er mit seiner Quanten wenn der mit seiner Quantenrüstung wieder kommt du erklärst ihm das doch jetzt nicht wirklich über den Chat ich schreibe ihm dass ich es über Youtube ausbekommen habe was machst du da? was denn? hat der mir grad mein Holz was hat der? warte mal was hat der? der hat mir glaub ich mein ganzes Holz gestohlen hauen kaputt scheiße ich weiß nicht was weg war war das weg? scheiße ah wie macht ah Gott wie saft man seine Kisten? gar nicht du brauchst schon personal save für musst du ja machen warte per da einfach eine Maschinen eine Truhe ein Maschinenblock da drüber und dann Electric Circuit drüber drauf ist also ganz einfach solange er nur Holzkammern hat will ich ihm das durchgehen lassen aber hast du deine Dias noch? ja habe ich noch dein Oranium warte mal Oranium ist da so viele sind da so viele so viele so viele so viele schaut auf Minimum ist also noch da ja ja cool Moment habe ich doch nicht was ach das habe ich gerade rausgenommen ok ja ja ich mache erst noch den Boden fertig und dann beenden wir würde ich sagen ich muss jetzt meine Kisten verstecken ja? ja ich will das nicht nochmal was hat denn der bei meiner Kiste gemacht hätte vielleicht einfach nur reingeguckt was du so hast aber der ist damit äh mit mit Holz auf einmal abkaut ja? ja das darf einmal ganz schnell wegwiesen ich will es auch nicht tun ok so ich verstecke jetzt mit der Kiste ich habe ja nur eine aber die will ich nicht abbauen ja und hast du die Diamantenkiste nicht oder was? doch die habe ich das ist meine einzige Kiste die ich habe das ist die anderen wurden ja in die Luft gejagt so ich warte jetzt noch bis das fertig ist oh Gott und dann tue ich die zwei Cobblestones hier noch rein und dann kann das Offscreen dann braten so ja genau jetzt so dann aufhören würde ich mal jetzt mal sagen ne? gleich ich räume nochmal in der Kiste noch über ja? ja mach aber schnell bitte Personal Safe Kiste oder was? einfach nur Personal Safe heißt das okay okay uh da liegt verdammt viel draußen ja mach hin kannst du das in die nächste Folge machen ja ist ja gut ach scheiße jetzt habe ich die Kiste nicht aber ich kann das ja in die Kiste eingeben ich wollte fast kannst du schon mal runter gehen und ich mache halt noch fertig ja also bei mir ist es jetzt zu Ende für heute und wir sehen uns morgen wieder und ich esse noch kurz was okay tschüss bis morgen tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020